Kapitel 5 Ein kraftvolles christliches Zeugnis Die besten Missionare kommen aus einem christlichen Heim. Die Missionare werden auf ihrer Arbeit, die sie im Ausland für den Meister tun, am besten in einem christlichen Heim vorbereitet, wo Gott gefürchtet, geliebt und verehrt wird, dort, wo Pflichttreue zur zweiten Natur geworden ist, wo planlose und nachlässige Gleichgültigkeit gegenüber den häuslichen Pflichten nicht erlaubt ist, sondern wo eine stille und enge Verbindung mit Gott als unentbehrlich für treue Durchführung der alltäglichen Pflichten betrachtet wird. Häusliche Pflichten sollten in dem Bewusstsein ausgeführt werden, dass sie uns eine Erfahrung geben, die es uns ermöglichen wird, in der dauerhaftesten und gründlichsten Art und Weise für Christus zu arbeiten, wenn sie im richtigen Geist getan werden. Oh, was kann ein lebendiger Christ auf missionarischem Gebiet durch treue Erfüllung der täglichen Pflichten tun, wenn er fröhlich das Kreuz auf sich nimmt und nicht eine Arbeit vernachlässigt, egal wie unangenehm diese dem natürlichen Empfinden auch ist. Unser Wirken für Jesus beginnt in der eigenen Familie. Es gibt kein wichtigeres Missionsfeld als das. Bei vielen wurde dieses häusliche Feld schändlich vernachlässigt und es ist Zeit, dass die göttliche Hilfe und Mittel bekannt gemacht werden, damit der schlimme Zustand korrigiert wird. Die höchste Pflicht, die den Jugendlichen zufällt, betrifft ihr eigenes Zuhause, nämlich den Eltern und Geschwistern durch Zuneigung und einem echten Interesse ein Segen zu sein. Hier können sie Selbstverleugnung und Selbstvergessenheit zeigen, wenn sie für andere sorgen und tätig sind. Welchen Einfluss kann eine Schwester auf ihre Brüder haben? Wenn sie eine gute Einstellung hat, kann sie deren Charaktere bestimmen. Ihre Gebete, ihre Milde und ihre Zuneigung können in einem Haushalt viel ausrichten. Zu Hause sollen diejenigen, die Christus angenommen haben, zeigen, was seine Gnade für sie getan hat. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinem Namen glauben. Johannes 1, 2 Eine überzeugende Autorität erfüllt den wahren Gläubigen in Christus so, dass ein Einfluss im ganzen Heim gespürt wird. Das wiederum wirkt sich auf die Vervollkommnung der Charaktere aller Hausbewohner günstig aus. Ein Argument, das Ungläubige nicht leugnen können. Ein geordnetes christliches Haus ist ein starker Beweis für die Echtheit des christlichen Glaubens, den auch Ungläubige nicht bestreiten können. Denn hier kann jeder spüren, dass ein guter Einfluss auf die Kinder wirkt und der Gott Abrahams gegenwärtig ist. Sobald die Heime von Christen durch den Glauben geprägt sind, üben sie eine machtvolle Wirkung zum Guten hin aus. Sie sind in der Tat das Licht der Welt. Kinder verbreiten die Erkenntnis der biblischen Grundsätze. Kinder, die richtig erzogen wurden, die sich gern einsetzen und den Eltern helfen, werden eine Kenntnis richtiger, ideale und biblischer Grundsätze unter allen verbreiten, mit denen sie zu tun haben. Wenn unsere Heime das sind, was sie sein sollten, wird es unseren Kindern nicht erlaubt sein, in Müßiggang und Gleichgültigkeit bezüglich der Ansprüche gegenüber Gott und den Bedürftigen in ihrer Umgebung aufzuwachsen. Als des Herrn Erbe werden sie dazu befähigt sein, die Arbeit dort anzupacken, wo sie gerade sind. Von solchen Heimen wird ein Licht ausstrahlen, wenn sie sich gegenüber den Unwissenden aufgeschlossen zeigen, um sie zur Quelle der Erkenntnis zu führen. Es wird ein Einfluss spürbar, der für Gott und seine Wahrheit eine Kraft ist. Eltern werden oft durch ihre Kinder erreicht, selbst wenn alle anderen Kontaktmöglichkeiten erfolglos bleiben. Fröhliche Heime werden ein Licht für die Nachbarn sein. Wir brauchen mehr fröhliche Eltern und Christen. Wir sind zu verschlossen. Zu oft wird das freundliche, ermutigende Wort und das fröhliche Lächeln unseren Kindern, den Bedrückten und Entmutigten, vorenthalten. Eltern, auf euch ruht die Verantwortung, Lichtträger und Geber des Lichts zu sein. Scheint als Lichter zu Hause. Er leuchtet den Pfad, den eure Kinder zurücklegen müssen. Wenn ihr das tut, wird auch euer Licht aus ihnen herausleuchten. Jede christliche Familie sollte heiliges Licht ausstrahlen und tätige Liebe beweisen. Dieses Licht und diese Liebe sollten alle Nachbarn in Form von bewusster Freundlichkeit und selbstloser Zuvorkommenheit wahrnehmen. Es gibt solche Familien, in denen nach diesen Grundsätzen gehandelt wird. Bei ihnen wird Gott angebetet und es herrscht echte Liebe. Von ihnen steigen das Morgen- und Abendgebet wie süßer Weihrauch zu Gott empor und seine Gnade und Segnungen kommen wie der Morgentau auf die Bittenden herab. Ergebnisse familiärer Eintracht Die wichtigste Aufgabe der Christen besteht darin, die eigene Familie zu vereinen. Dann erst sollten sie ihre Aufgabe auf die nahe und entfernte Nachbarschaft ausdehnen. Jene, die Licht erhielten, sollen es in klaren Strahlen hervorleuchten lassen. Ihre Worte sind ein Geruch des Lebens zum Leben, wenn sie nach der Liebe Christi duften. Je mehr Familienmitglieder in ihrem Werk zu Hause vereint sind, umso hilfreicher und aufbauender wird der Einfluss sein, den Vater und Mutter, Söhne und Töchter außerhalb des Heims haben werden. Gute Menschen werden mehr gebraucht als große Geister. Das Glück der Familien und Gemeinden hängt vom häuslichen Einfluss ab. Ewige Interessen hängen von der richtigen Erfüllung der Lebensaufgaben ab. Die Welt braucht nicht so viele große Geister, sondern vielmehr gute Menschen, die in ihrem Heim ein Segen sind. Vermeide Fehler, die Türen verschließen können. Wenn die Religion sich zu Hause offenbart, wird ihr Einfluss auch in der Gemeinde und in der Nachbarschaft wahrgenommen werden. Aber einige, die bekennen, Christen zu sein, sprechen mit ihren Nachbarn über ihre häuslichen Schwierigkeiten. Sie teilen ihre Beschwerden in einer Weise mit, um Mitgefühl zu erlangen. Es ist aber ein großer Fehler, wenn wir die Ohren anderer mit unserem Jammer füllen, besonders, wenn viele unserer Beschwerden aufgrund unseres unreligiösen Lebens und eines fehlerhaften Charakters entstanden sind und existieren. Menschen, die losgehen, um ihren privaten Ärger vor anderen Menschen auszubreiten, sollten lieber zu Hause bleiben, um zu beten und sich mit ihren eigensinnigen Willen Gott ergeben. Sie sollten auf den Felsen fallen und zerbrechen, damit das Ich stirbt und Jesus aus ihnen er ehrenhafte Gefäße machen kann. Ein Mangel an Höflichkeit, ein Moment der Gereiztheit, ein einziges raues und gedankenloses Wort werden deinen Ruf so sehr verderben und können die Herzenstüren so fest verschließen, dass sie für dich unerreichbar bleiben. Christentum im Heim scheint nach außen. Die Bemühung, das Heim zu dem zu machen, was es sein sollte, nämlich zu einem Symbol des himmlischen Heims, bereitet uns darauf vor, um auf einem weiter gefassten Gebiet zu arbeiten. Die Erziehung, die durch eine Darstellung von gegenseitiger Ehrerbietung empfangen wurde, ermöglicht uns zu wissen, wie Herzen erreicht werden können, denen die Grundsätze wahrer Religion gelehrt werden müssen. Die Gemeinde braucht alle ausgebildeten geistlichen Kräfte, damit alle, besonders aber die jüngeren Mitglieder der Familie, des Herrn sorgfältig behütet werden. Die Wahrheit, die zu Hause ausgelebt wird, zeigt sich in selbstloser Arbeit nach außen. Jeder, der das Christentum zu Hause auslebt, wird überall ein leuchtendes und glänzendes Licht sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017